Präzise, perfekt ausgereifte Technologie ist aus modernen Flugzeugen nicht mehr wegzudenken. Die Firma Winter Instruments in Jungingen bietet hierzu Luftfahrtbordgeräte auf höchstem technischen Level. Das Baden-Württemberger Hightech-Unternehmen ist weltweit einer der führenden Anbieter für erstklassige Höhenmesser, Fahrtmesser, Variometer und weitere wichtige Geräte für den sicheren Flugbetrieb. Profunde Erfahrung, bestmögliche Qualifikation der Mitarbeiter und durchdachtes zertifiziertes Qualitätsmanagement. Das sind die drei Arbeitsmaximen, die bei allen Fabrikaten aus dem Hause Winter Instruments höchste Präzision und Zuverlässigkeit garantieren. Überzeugen auch Sie sich von den innovativen Produkten von Winter Instruments. Besuchen Sie dazu das renommierte Technologieunternehmen auf der internationalen Fachmesse für allgemeine Luftfahrt Aero oder am Firmensitz in Jungingen. Mehr auf www.winter-instruments.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017